Pkf fragt. Herzlich willkommen zu Pkf fragt. Mein Name ist Anastasia Susslover und ihr fragt euch bestimmt, wer heute neben mir sitzt. Das ist Carolin Wülfink, sie ist Expertin für Lohnabrechnungen und spricht mit mir heute über die EAU. Frau Wülfink, was ist eigentlich die EAU? Ja, EAU bedeutet elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dieses Verfahren ersetzt das bisherige Verfahren der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und was bedeutet das genau für den Arbeitnehmer? Ja, die Zuleitung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse muss jetzt dann nicht mehr der Arbeitnehmer übernehmen, sondern es kommt direkt von den Arztpraxen. Technisch passiert da folgendes, die Ärztin unterzeichnet die EAU elektronisch mit ihrem elektronischen Arztausweis und übermittelt die dann auch elektronisch an die zuständige Krankenkasse. Der Arbeitnehmer muss jetzt also nicht mehr zur Krankenkasse oder zum Briefpassen gehen und da den sogenannten gelben einwerfen oder abgeben. Auf Arbeitgeberseite wird es so sein, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann auch elektronisch abgerufen wird. Das heißt, der Arbeitnehmer muss auch dort keine Unterlage mehr vorlegen. Er ist natürlich weiterhin dazu verpflichtet, sich krank zu melden bei seinem Arbeitgeber. Und wann wird die EAU verpflichtet? Ja. Für die Ärzte ist sie schon verpflichtend seit dem 1. Januar 2022. Gleichzeitig startete eine Pilotphase für den Arbeitgeberabruf. Diese Pilotphase sollte am 30. Juni 2022 enden, aber da viele die technischen Voraussetzungen noch gar nicht erfüllen, wurde diese Pilotphase bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Das heißt, seit dem 1. Januar 2023 ist es jetzt dann auch für Arbeitgeber verpflichtend, die AU elektronisch abzurufen bei der Krankenkasse. Und das Verfahren gilt für alle Arbeitnehmer oder gibt es da Ausnahmen? Tatsächlich gibt es Ausnahmen. Das betreffen Privatversicherte, Minijobber in Privathaushalten oder Zeiten von Reha- und Vorsorgemaßnahmen. Außerdem kommt es auch darauf an, wer die Arbeitsunfähigkeit feststellt, ist es ein ausländischer oder privater Art, dann wird das Verfahren ebenfalls nicht angewendet. Vielen Dank, Frau Wülfing, für diese Information. Und das war es heute schon mit PKF fragt. Und wenn ihr euch weitere Antworten zu diesem Thema wünscht, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei. Bis zum nächsten Mal.